EA muss uns schon wieder Picks geben. Beim Footies Card gibt es Rewards. 1 von 4, 92 plus Shapeshifter trotz Pick. Da sind Goldspieler drin, also müssen sie uns den Pick wiedergeben. Da FIFA 22 auch langsam zu Ende geht, könnte es sein, dass wir solche Karten wie Sancho sehen werden. Wir könnten auch Feister-Skills Rafinha bekommen. Checkt Insta für Teambewertung ab.